wird jetzt halbe stunde läuft jetzt heute geht es nur bis zum neuen das muss reichen habe ich schon drauf das kann man auch mehr drauf die erde fast schon komplett runtergelegt das ist das schön höhleneingang aber ganz im bösen boom rauskommt ihren zugang vom haus von oben zu zum auffüllen das riecht nicht immer so selten meint hat Habe ich mal gehört? Das ist Netherstein. Ich kenne Netherziegel, kenne ich. Und Netherwreck kenne ich. Soll ich nicht Netherstein meins? Weiß ich jetzt nicht. Das ist ein absoluter Scheißwetter. Ja, auf jeden Fall. Das ist so eklig so ein Wetter. Da kann man ganz schlecht erkennen, wenn man schon gearbeitet hat. Aber es wird hier langsam. Es wird. Da draußen eine ganze Ecke, aber es wird. Wo kann ich noch mal ein bisschen Erde abtragen? Irgendwo. Das geht mit Erde andauern. Die Erde ist nur verscherbeln. Was? Nicht so laut, leiser reden. Dafür jetzt von dir keine mehr sammeln, ne? Nee, weil ich nicht weiß, wie viel ich davon noch brauche. Sonst hört man dich wieder doppelt. Und du musst dein Mikrofon ausmachen. Dann kannst du so laut reden, wie du willst. Das ist halt der Nachteil, wenn wir mal zwei Leute im gleichen Raum sitzen. Dann teilt das ab und zu so ein bisschen. So. Dann starten wir mal so durch. Dann starten wir mal so durch. Das ist doch schön, ja. Ist doch ein Mistwetter hier. Oder? Aber ehrlich. Ich bin noch kalt dabei wahrscheinlich noch. Pass mal auf. Das ist mir egal. Mit Kälte kann man was machen. Genau, Kamin anmachen. Auf höchste Stufe. Na, Frostbeule. Oh ja, wir haben den Berg auch bald. Aber das schaffen wir heute nicht mehr. Den Berg schaffen wir heute nicht mehr. Den Berg schaffen wir heute nicht mehr. So. So. Dann holen wir mal Material abliefern. So. Dann haben wir mal Feuerstein noch mal gekriegt. Nochmal Hornstein. So. Und da. So. 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 Das schaffen wir heute nicht mehr. Beim Auffüllen können wir auch gut den Hornstein nehmen. Ich habe eh keine andere Verwendung für. Warum muss ich bei diesem Scheißpferd, der jetzt hier draußen arbeiten? Was habe ich da verbrochen? Das ist mir zu viel gesetzt. Soll ich die Steinchen schon mal aufsammeln? Wenn du das gerne machen möchtest? Ja. Oh, nicht da hinsetzen. Ja. 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 was ganz feines ich habe jetzt 20 nasser quarts drauf und 72 brauchst das volle hornstein weil die erweiterung fällig so so dann gehen wir jetzt mal kurz mal hoch schwer durchs haus dann gehen wir da drüben rüber gehen wir runter in die küche der trocknen und sicheren fuß ist ja angelangt genial so ich habe noch mal salz gefunden habt ihr mal erlaubt sich bei dir hier reinzuschmeißen dass da jetzt soll man ja nacht weiterarbeiten bringt auch nicht viel ich weiß alle mit steinen ich habe ihn tot gemacht da ist was was finden hier unten aber hier gibt es nix und gibt es nix dachte für eine schöne hülle hier gibt es aber nix das sind pflaster stein können auch die höhlen auch zubauen vielleicht von unten her zubauen das könnte man machen gibt es keine höhlen hier gibt es ein höhlen system da bin ich schon drin irgendwo ok da ist die schlucht ok du nech da drüben gibt es ein höhlensystem okay das ist gut so wissen dann können wir wieder reingehen und müssen mit erde vollstopfen juhu hier drüben bin ich juhu vielleicht zwei ogre feuer ogre normaler ogre ok beseitigt bilder duschiger creeper wir haben schon ganz ecke schon eingeebnet aber wir müssen noch ein bisschen das reicht noch nicht so ein bisschen müssen wir noch mal dann können wir das andere gelände wieder angleichen wenn du das möchtest jetzt diese ecke müssen wir noch mal lang gehen den alten menschach werde ich dann auf aller seite dann dicht machen dann braucht man eh nicht weißt du wir haben noch 15 minuten haben wir noch die haben wir noch dann ist auch schluss für heute also ein scheiß aus brummer was ist damit ja auch um scheiß aus brummer kommen die besten familien vorne jetzt sind so ein scheiß aus brummer warum das kommt ihnen so vor das hier und dieser höhle eh nix gibt werde ich jetzt so ich werde jetzt hier alles auffüllen weil hier unten gibt es eh nix ich habe zu viel altes gelumpse hier damit werde ich ganz zumindest hier auffüllen so 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 wie im bergbau die alten stollen müssen verfüllt werden kostet zwar zahlt aber hier unten haben wir eh nichts gefunden also können wir auch wieder zu machen wir kriegen überschüssiges material erstmal los das ist eine gute sache kann man den ganzen hornstall auch einpacken so viel hier ist hier so gleich und was gutes das altmaterial ich habe noch einen aluminiumbärenbusch meiner hallo aj jetzt habe ich ihn vorsichtig ist mal beiseite wer weiter zu bauen geht nicht dazu baut mal danke noch einmal zu gleichmäßig dass man nicht irgendwo doppelt wieder setzen grün schiefer da kannst du auch einen gang dir ausruhen kannst du dann zupacken gleich ganz überschüssig material nämlich los weißt du so schlecht zu toll wenn ich ganz so viel gebracht soll ich sagen was ich habe nur noch hornstein hier einen guten hornstein da rein hat man zuerst so schön runter gegraben hier und dann war da nichts drinnen auf einer seite ist ein höhlensystem habe ich schon gesehen aber der höhlen und dann verließe ich noch gar nicht mal so verkehrt aus das können wir erstmal so lassen vielleicht das hat schon mal viel gebracht du bist du denn schon wieder so dachte wir schon sonst war schon wieder gewesen du musst ja auch überall rum erzählen dass wir eine neue küche haben hast du mir noch gesagt das sollte ich sagen ja man kann ich alles haben so oh weh 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 ich denke mal so weit sollte man das ganze abtragen dann passt das denke ich mal machen wir hier den durchbruch ein bisschen kohle gefunden ja wir haben auch noch sechs minuten die koste ich jetzt noch aus diese ecke jeweils fällig so schön nach mal gucken wie es da drüben ausschaut da kann wir das kleine hügelchen dann so lassen wo soll ich denn die steinchen schon mal wieder verstopfen kannst du und weiter zu machen wenn du möchtest da wurde dass die fackel reingesteckt das muss ja alles zugemacht werden muss man so viel noch ein ebnen hier hat einen kleinen hügel lassen wir hinten stehen ich mag ich nicht so erledigt hier ist ein altes geschleicht also hast du hier viele steinchen lieber wissen abgebaut und ich kann ja zusehen wie es alle loswerden stein ich habe ich jetzt ein höhlensystem gefunden das muss auch irgendwie wieder alles angleichen zu machen da müssen wir alles hier angleichen ich weiß gar nicht wie alles schaffen soll er heute nicht mehr schaffen auch am freitag nicht mehr jetzt kann man gut 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 ja gut so aluminium wäre noch mal sagt man hier in den brennofen ein zwei stück nur dann habe ich mal ein aluminium busch und planen sie ungleich wieder hin das ist sehr sehr gut noch ein ziel so ist das jetzt hier rein dass man die büsch immer wachsen ja wir können aber mit der erde das bisschen noch mal kurz auffüllen in zwei drei minuten die wir noch haben der erde das erde angeglichen haben weißt du das ist ja die erden höhe hier ich habe keine erde mehr hast du alle andere schon welche nun der truhe vorne ist noch jede müsstest du noch jede menge so soll ich gar nicht haben das ganze hülle jetzt schon zugebracht cool ganze hülle ist verschüttet weiß ich jetzt nicht hoffen die durstiger aber die kann ich nicht sagen also ist aussieht ja habe ich diese ecke da fertig das ist doch schön die gesetzten auch wieder tschüss sagen so mehr kann man nicht machen denke ich mal ich denke sie ganz gut aus oder ja dann hier den stall hinten können wir dann mal gucken was hinkriegen bei dem bereich ab hier mit so einem berg lassen dann so oben hoch mal gucken angleichen sieht gut aus können wir ja tschüss sagen würde ich sagen oder laufen wir ganz schön hier mal rein so jetzt läuft alles rein ich habe auch den ganzen keller jetzt schon neu gemacht und sowas ne so quazit pflasterstein das läuft auch ganz gut grün schiefer sieht auch sehr gut aus hornsteiner passen 24 rein das sieht auch gut aus sieht alles sehr sehr gut aus gefällt mir dann sagen wir tschüss was meinst du machen gut dann wird schon schnell oben hoch rüber ich komme ich bin da vorbeigelaufen ich sitze so freunde heute etwas kürzer wir sehen uns am freitag freitag wird es ein bisschen länger wieder gehen da geht man oder und bis dahin sagen wir tschüss 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 tschüss